Wir haben uns ein Hotel gebucht. Das ist wieder der Platz mit dem Rampolin, dem Fahrzeug und alles. Das ist ein Bauernhof, ein Bio-Bauernhof. Ja, es gefällt mir hier sehr. Das ist wieder der Platz mit dem Rampolin. 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 Musik Das war's für heute. Ich kann auch immer nicht schwimmen, obwohl ich neu bin. Ja, und ich bin gerade dabei zu üben und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich versuche zu schwimmen. Ja, und ich bin gerade dabei. 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 Musik 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 Jetzt kommt die Geschichte von den zwei Schwestern und Brüdern und von den Brüdern Griff, die nicht existieren, und von den beiden Stocken. Die Geschichte beginnt. Es war einmal ein kleiner, ein ganz kleiner Zwerg. Der machte mit, der machte mit, er fand einen Stock. Dann fing der Finger auf einmal an zu rennen. Er kommt zu rennen. Und dann ist er umgefallen. Das nächste Mal suchte er sich noch einen Stock. Griff nach einem anderen Stock. Und wunderte sich, warum so viele Ameisen drauf sind. Das sind ja rote Ameisen. Das muss ich ja nach Feuer bekämpfen. Demnächst kam Feuer. Und das nächste Mal... Oh, triffst mich. Wurde dann eine Geschichte erzählt. Er ist gestorben. Ah! Und dann ist die Geschichte vorbei. Ciao. Ich habe eine Geschichte für euch. Und ich mache wieder einmal den Niemann, der nicht gelebt hat. Fertig. Und ich gebe ein paar Zwerg. Ich habe wieder einmal den Niemann, der nicht gelebt hat. Ich gebe mal den Niemann. Sie haben eine Gemeinschaft, eine Flach. E деньги davon haben. Die haben einen Gemeinschaft. Es ist ein Schartes. Das ist ein Schiones- Zucker. Das war's für heute. Sie gibt aber noch so sechs Monate. Mensen und Holst will man sein. Am Ach denn groß ist Miguel in Himmelwaskon. Sie drohen. Bis rein. Frankie. Wir sehen uns hier. Um Parfüß zu überlegen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich einen Katastisch. Ich muss nur noch mal an das Kurs werfen. Dich. Dich. Okay, das ist die Stimme. Ich bin Nummer. Das ist ein Ratsch. Ich bin reise, ich bin reise, du bist nur was ich schon weiß. Du bist schwarz. Du bist schwarz. Du bist schwarz, ich bin... Du bist ja fein.